Ja, hallo meine Lieben, heute Abend kommt noch ein Video und zwar sitze ich vorhin im Zug auf dem Heimweg, sitze ich im Zug und lese auf iSzene, das ist ein iPhone-Portal, lese ich eine große News, der Hersteller von einem sehr, sehr großen Programm, was als große iTunes, ich sag mal, Alternative angesehen wird, nämlich CopyTrans, veranstaltet ein Gewinnspiel und zwar mit YouTube-Videos. Ich muss ein bestimmtes YouTube-Video machen und desto mehr Likes dieses Video bekommt, desto höher komme ich im Ranking und kann sehr, sehr viele Preise gewinnen. Ich glaube, im Wert von 1000 Euro, ich weiß es nicht und ich habe mir gedacht, heute, ich habe kurz in Facebook gepostet auf dem Heimweg, ey Leute, wie wäre es, habt ihr Bock an der Aktion teilzunehmen, wollt ihr mich alle unterstützen, wenn ich so ein Video mache bei diesem Gewinnspiel, wollt ihr mir alle einen Daumen hoch geben und das haben viele, viele Leute gesagt, klar, Janik, mach das und ich habe dann auch direkt gesagt, Leute, ihr wisst, ich habe euch eine Aktion angekündigt, zu Weihnachten oder schon zu meinem Geburtstag, ich habe noch eine NPS, die ich noch loswerden will, ich habe noch eine Shisha, die da auf dem Bett liegt, die ich noch loswerden will und ich dachte mir, wenn ich bei diesem Gewinnspiel teilnehme und den ersten Platz absahne, was natürlich dann ganz an euch liegt, wie viele Daumen hoch bzw. Likes ihr mir gebt, hätte ich vielleicht auch noch ein iPhone 4 zu verlosen. Ihr wisst, ich habe mein iPhone 4 schon längst und würde gerne beim Gewinnspiel mitmachen von CopyTrans und bin schon auch ziemlich heiß drauf, wir haben jetzt um 9 Uhr, ich habe 4 Stunden lang diese Scheiße geschnitten und hoffe, euch gefällt das und ihr wollt mich unterstützen, denn wenn ich das wirklich gewinne, dann bringen wir wirklich die Aktion und losen diesen Shit hier für euch aus. Einmal die beiden Pfeifen und natürlich das iPhone 4 dann gegen Weihnachten, wenn das alles klappt und deswegen brauche ich für eure volle Unterstützung und bin auch schon jetzt gerade so ein bisschen aufgetreten, musste gerade noch ein bisschen Action schieben im Video. Ich habe im Moment überlegt, bis mir was eingefallen ist, aber es kommt dann doch relativ schnell. Ich brauche jetzt erstmal eine Shisha und hoffe auf eure Unterstützung. Ich lade das Video ungefähr um 10, 11 Uhr hoch. Bis Freitag müsst ihr voten. Das heißt, bis Freitag brauche ich tausende Daumen hoch von euch und schicke das Video einfach an alle eure Freunde und sonst wen, die sollen einfach alle Daumen hoch voten. Scheißegal, hauptsache wir zeigen der iPhone-Community, was die Shisha-Community so auf dem Kasten hat. Deswegen, ich vertraue auf euch und freue mich auf das Gewinnspiel und wie es aussieht jetzt in zwei Stunden geht es online, freut euch schon mal, ist ganz lustig geworden. Ich brauche auf jeden Fall einen Daumen hoch. Macht's gut. Ciao.